So, hallo und erstmal das Mikrofon richtig einstellen, bevor es wieder abstürzt. Keine Ahnung, warum es immer so ist. Ihr könnt die Unterschläge schon erkennen, ich hab den Darth Maul-Scan ausgerüstet. Sieht sehr schick aus, ne? Äh, ja, ein Rennen. Machen wir eine etwas längere Folge mal wieder mit Darth Maul. Auf der Lucia, die richtige Drecks-Map. Ja, ich mag die Cut aber nicht, weil es hier so viele Ecken gibt, die einfach unnötig sind, wie das beschissene Giftgas. Die Ox ist besser gesagt. So. Irgendwie sieht das mit Darth Maul-Scan aus, neuer Kleidung irgendwie komisch aus. Es sieht aus, ob er eine Sportkleidung an in Star Wars. Ich mach ein bisschen Sport. Oh. Äh, wie kann Skywooker kommen? Kämpf mit mir! Skywooker. Oh, da ist die, oder? Aua. Wie viel Reichweite hat der Scheißkerl? Wie viel Reichweite hat der Scheißkerl? Das ist Rang 16, frag ich. Na, komm, dann sag, wer weiß es mal. Du gehörst mir. Du flieh dir nach. Du gehst mir nicht mehr. Ich schau dir nach. Bleib. Ich hab' mir beobacht. Na, muss ich mal bei mir verletzen. Du gehst mir nicht mehr. 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 Er hat einfach den A-T-T-E hier einfach geparkt, ey. So, Morgens. Okay, Joda, hau ab. Wenn das so weitergeht, gewinnen wir die Runde easy. Ich hasse diese Toxys hier. Das ist echt sätzend. Night of Ren. Hallo. Wie wirst du heute? Das ist doch okay. Wie geht's? Hallo. Panzer, ich hasse Panzer. Das ist doch Spiel selber. Das soll nicht stürt, gefällt mir nicht oft zu. Sieht zwischen, der ist. Hallo. Ach, so viele intelligente Spieler. Du bist kein Gegner für mich. Na? Jungs, was macht ihr eigentlich? Dann muss ich mal wieder... W oder C und deswegen lasse ich Fünsche auf, weil hier so viele scheiß Kanten gibt, wo man hängen bleibt. Sehe ich jetzt bei den anderen Kanten auch Sachen, wo man hängen bleibt. Da sind noch nicht so viele wie hier, gefühlt. Lalalalalalalala. Du bist kein Gegner für mich. Diese Anschuhe, die das Maul trägt. Ich weiß nicht, das Design passt. Also, das Lied schwirrt um die Beine. Fand ich cool, aber der Rest fliegt überhaupt nicht. Schloß. Dein Herz schlägt zu laut. Einziehen. Da wird A eingenommen, die Schweine. Da würde ich euch ja mal schönen grüßen. Wir werden nicht abgehauen. Wo kämen wir denn hier hin, wo wir abhauen können? Was? Oh, tschüss. Ja, man darf nur sch... Okay, seine Füße sind schon total dreckig. Oh, die habe ich gerade erst wieder sauber gemacht. Egal. Ebenfalls ist es eine kurze Runde. Ebenfalls, ich wollte nur sagen, mein PC funktioniert größtenteils wieder. Ich muss auch viele Sachen wieder neu installieren. Dementsprechend, ja, es kann sein, dass ich bald wieder, wenn das Aufnahme-Krambad, das gut zulässt. In den letzten paar Videos, die ich mir mal verhalten habe, sag ich mal, Videos gemacht habe oder gespitten habe. Warum leckt das? Warum leckt das? Warum leckt das? Warum habe ich ihn nicht erwischt? Ich hasse das. Ey, die Nippe. Das ist jetzt echt ein faire Scheiß. Das habt ihr jetzt auch gesehen, dass es geleckt hat. Jedenfalls, ähm, in den letzten, in den letzten Mass Effect Video und Halo 4 Video hat es kurzzeitig in den schwarzen Bildschirm gegeben. Nur den Zorn hat man gehört, aber nur durch das Bild nicht. Ich weiß nicht, warum es so passiert ist. Ich werde erst so ein paar andere Videos machen, bevor ich dann wieder Halo oder Mass Effect aufnehme, um zu gucken, ob es jetzt am PC lag oder nur am Aufnahme-Kram. Und tschüss. Also, die Gegner müssen gleich noch ein bisschen üben. Die Sonne blendet mich, bettet die Taschenlampen. Jetzt geht das nicht so. Oh, du gehst mir gerade richtig auf den Zeiger. Wenn ich es oder es rucht, dann leckt man sich so sehr, dass mir nicht schlecht vorausplanen kann. Es ist ein sehr möglicher Wasser. Und wenn ich es um das Spiel rausgezogen habe, dann geht das nicht. Der Mann steht dann aber nicht. Ich bin da nicht. Er steht da nicht. Aber ich bin da nicht. Ich bin da nicht. z wer sich der Alpeste doch wohl spieler mit ich spiele wesentlich mehr mit mir das Video und schwer können können und Abel eingenommen Scheiße das war einfach so einnehmen wir wollen das gewinnen dann schießt du diese Bekaffung sind echt geil inzwischen seid generell sind alles was das Brett Islam mischt sehr schön designt obwohl es nur wieder ein paar kleine Fehler gibt die mir aufgefallen sind du gehörst mir äh freundchen äh das hat mein Geld äh no egal jetzt haben die eh eingenommen meine Nase fängt wieder an zu jucken ich hasse das das können glaube ich wahrscheinlich alle Gamer und Gamerinnen wenn die Nase juckt dann ist das mein Ziel du gehörst mir C wird im Kampf da wurde ich unbedingt so mal das jup ey der Welt nicht abgehauen die Karte hier ist aber nicht gut darin in denen wir zu verfolgen hey manche die Biete sind gebraucht das braucht aber dennoch ich habe eure Schüler besiegen und bin stolz auf deine Unkarte oh hallo ach du scheiße jetzt hab ich nicht auf den Schaden geachtet ok da hab ich jetzt persönlich aufgepasst das war jetzt mein Fehler den gebe ich jetzt offen zu aber dennoch wie viel Schaden haben die mir grad gemacht Mist und unser Team verkackt gerade da ist irgendwie dann zu jucken ich hasse das oh Gott das ist auch echt stören wenn man Hate spielt wenn die Nase die ganze Zeit am Jucken ist und man sich nicht darauf konzentrieren kann manchmal passiert eben halt Fehler kann auch in dem besten passieren so habe ich dich wieder dieses Wegstück ich hasse Jack Betten habe ich gesehen wie Schaden er mir gemacht hat ok mach kurzen Cut bis sie wiederhitzen kann so der Cut war fest nicht gehört seit ich erwartet hatte nur 10 Sekunden aber warum haben die Republikaner überhaupt ein extra Fahrzeug mit dem scheiß ATT was macht ihr eigentlich die ganze Zeit das ist echt schon traurig manchmal manche haben so hohe Goldränge und man sieht die kriegen nichts damit hin schreit da kann man echt sagen die haben das nie fair spiel warum warum zu hell bin ich da jetzt du gehörst hallo hallo kraft zu lecken und zu backen habe ich wieder Jeppeltuber angeschossen diese ficken Feiglinge ich hasse die Jeppeltubers sind so unehrenhaft hier in diesem Spiel vorne auf der Seite der Republik ihre verdammten verkackten Pistole machen so viel Schaden man würde echt meinen man würde gegen Helden spielen hallo Güves bin wieder da oder wieder hallo Mauer du Idiot steck nicht fest ich hasse diese Karte Lauf Eins Das rocke es zuckt keine Ahnung man kann sich nicht drauf konzentrieren So Joda wir haben noch eine Rechnung zu begleiten Du folgst mir da her. Natürlich treffe ich dir nicht. Das Schwert meisterlich. Ja, das ist der Scheiß-1-Bom-Punker-Beck-Din. Wix, der gehört mir, hau ab. Da wurde ich dann da nicht hin und hier verblendet, verblendet ich meine Zeit. Also, ja, ab, nach, geh. So, wie bist du halt auch verstorben? Wie bist du? Was hast du getan? Hallo, Klon. Die, was habt ihr eigentlich geleistet? Ja, nichts. Das ist traurig und deprimierend. Schreit. Auf der Karte war ich gerade was. Okay, nur eine Klinik. Schade. Ich bin verblendet. Halte ich sie auf. Aber hier ist mir auch aufgefallen, dass man kann ich das Netz aneignen und schalten. Oder auch schalten, hier. Cool. Ja, und gedacht, wir haben schon einen Schaden. Auf das Kanon, wo zu schießen, denkt nichts. So. 60 zu 4. Naja, wie man jetzt in der Karte, das ist doch abzutapel. Äh, Entschuldigung. Ich hasse dieses Wetter. Es gibt Befürchtungen, die Republik könnte Schwächen im Design unserer Schiffe entdeckt haben. Jawohl. Ich habe gewartet. Und dann wieder gewartet und gewartet. Und dann so lange gewartet, bis ich nicht mehr warten konnte. Entschuldigung. Ich habe gerade eine Taste Tee gedruckt. Warum huste ich immer noch? Naja. Egal. Und hoch. Weh, mein Team, kriegt die... Wir hören schon, aber... Das Spiel wäre es, ihr sollt nahe halten, mal. Die treffe ich nicht. Na, da ist ein ganzes Klonen, Leute. Nehmeh euch in Acht. Testet mich. Was du lindlich warst. Du gerastst mir. So. 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 So, Hopi, oder? Wie wirst du dich soweit draufstehen? Du kannst das nicht so gut abhaben. Ich kann es besser, halbwegs. Wie wirst du das dann mehr Leben, aber er nimmt viel mehr Schaden durch Blasterfeuer als ich. Okay, liegt dann wahrscheinlich an meine Sternkarte. Jetzt werden die alle zu behen. Diese fliegen nicht alle weg. Tschüss. Replikanischer Schwein. Ich weiß, dass sie das Gebiet verlieren. Ich bin nicht getötet. Ihr seid hilflos. So. Oh, jetzt soll ich A hinrennen. Was macht man mit den Kollegen eigentlich? Gut. Ihr verschwindet von meiner Welt. Und hoffentlich habe ich genügende Aufnahmen und sprechen für das Programm hier. Falls ihr Aufnahmen auf einmal abbrechen solltet, dann hat es dennoch hoch, weil... Da könnt ihr ein bisschen Darth Mauskin bewundern. Hat nicht gedacht. Und jetzt rennen die hier die Türen ein. Ich hasse es exklusiv, mir in die Garten. Nein. Manchmal hoch geht das Spiel ein bisschen, oder? Gut, danke, Tim. Stell rein. Äh, Alter, darf nur, kann sehr wenig Leben nehmen werden. Das ist echt zum Kotzen. Einer, Verteidigungsposition bitte. Danke. Danke. Bei der Durinarmee macht es auch Sinn, dass sie diszipliniert ist, oder... mehr oder weniger. Yay. Schreit. So, noch ein bisschen nebengeholt. Danke. Für jeden Heldenkirchen mit Spruchstärke... Äh, ja. Für jeden Heldenkirchen gibt es nur Punkte. Was macht die Pfeifen da? Ah, die kann jetzt auf uns ein Reaktor geballert. Oh, hallo. Ihr meint es schon wieder durchgebrochen. Ja, du! Du kannst mir... Das sind jetzt durchgebrochen. Nach dem heute bis echt ne Pfeifen, du sollst sich runter springen. Ich weiß, dass da reingehen wird. Jungs, rechts steht frei. Jungs, ich gehe mal hinten rum und fang da ein bisschen ab. Sprung. Darf mal, du Sprachkopf springen hoch. Juhu. Juhu. So, dann müssen wir den Lippen aufräumen. Gute gemacht, Soldat. Verdienst den Preis. So. Morley. Komm schon. Juhu, wir weg. Oh, wieder weg. Gut, Jungs. Gut, die macht es wieder besser. Ich bin stolz. Republikanische Flüchtlinge, bleibt stehen. Ihr werdet nicht abgehauen. Jeder Jackpill-Tuber, der hier ist, hat auf die Fresse. Das haben sie alle verdient. Die sind unehrehaft, aber unehrespieler. Das lässt du bleiben. Oh, hallo. Immer wieder geil, von hinten einfach raufzuräumen. Wie bist du heute Socke? Jedenfalls, wie gesagt, wenn ihr Aufnahme vom Abbrechen sollt, dann entschuldige ich mich, aber ich will die Folge ja noch nicht planen. Und tschüss, wieder weg. Hey, Junge ist halt, entschuldige ich mich, dass ich mich versterben habe. Wunderkurzer, 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 wunderkurzer Skill. Oh, hallo, die Herrschaft. Flankenmanöver. Fürchtet euch. Ich habe gewartet, bis Anakin weiter weg steht, um sicher zu sein, dass er sich hier einmischt. Aber okay, mein Trupp hat mir vor die Ton erledigt. Wie wisst, machst du Mittagspause? Nee. Warum schießt es da umgegen die Tür? Lass das. Gar, wie weit wir sie zurückgedrängt haben, kommt wirklich durch. Juhu, bin weg. Du gehörst mir. Nein. Ja, der macht mir auf den Kapp. Hallo, Klone. ich bin zufrieden das ergebnis erst mal aber wenn wir die zwei panzer vorhin in der mitte als in art die ersten an wolkenpanzer mir vorhin das leben schon gemacht haben so jetzt doch ein schnell vernichtigen schlag auf den gegner und dann haben wir es st st hinterwärts hallo du bist ja richtig WD wird eingenommen. So, die Zahlen gehen, lieber. So, auf die Presse. Ah, da kommt schon den ATT angeflogen. Ich könnte das trotzdem kriegen. Hallo. 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 Tschüss. Wie wir es haben, hat immer wieder Spaß. Hier ist eben noch einer da rumballert. Aber es können wahrscheinlich unser eigener Panzer sein. Weil, egal, wer aber da ist, die Idee hatte. Hey, wir machen auch einen Panzerbeschuss. Zeigen wir an, ob es, ähm, wie es feindliches Feuer aussieht. Hey, du, du sollst nicht abdauern. So. Ich sagte, keine Jetpack-Cooper während meiner Schicht. Ne, ich hatte mal B. Schneller, Morly, Morly, schneller. Schreit. So. Wir wollen das hier gewinnen, Jungs. Wir müssen euch bewähren. Sie? Haben wir gewöhnen? Hi, sie ist. Du willst doch nicht wegrennen. Oder doch? Ja, ich bin doch auch. Hey, wer ist es heute noch schaffen? Ich habe es heute sogar noch da was, die Eute Republik runterzuladen, wenn man eine Festplatte meint. Yeah, ich warte mit. Juhu, hier bin ich. Soll ich mir nicht schaden, Alter, du würdest du mal zu kotzen. Hier ist noch jemand. Hallo, jemand hier? Wo ist denn noch einer? Da hinten ist nicht nur eine, was hier in der Nähe sein. Da oben. Freundchen, du hast auf mich geschossen. Das gehört abgestraft. Hey, ey, 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 ey. Mannschaft. Ich kann mich... Ich... Ich... Ich unterschätze manchmal, wie schnell man da auf dem Mole stirbt, weil irgendwie... Obwohl Kleeves gefühlt schneller Schaden nimmt als mole... Da sterbe ich mit Moľ deutlich häufiger und schneller, als ich das mit Kleevesje könnte. Naja, vielleicht überschätze ich ihn einfach. Naja, egal. Ähm, kurzer Cut. Äh, das mit dem Darf-Morren-Spiel hat ihn leider nicht so gut geklappt, wie ich es mir erhofft hatte. Wir kriegen halt auch gerade hart auf die Fresse. Ach Gott, das will Leben wie eh, aber... Immerhin ging das Video jetzt euch nicht so lange. Also, vielleicht... Jedenfalls keine Stunde, hoffentlich. Komm, jetzt der letzte Abstand da oben in den 5 Sekunden. Äh, 5 Minuten da. Äh. Äh, ich kann mal... Hm, BX. Okay, ihr könnt eigentlich auch, ähm... Wenn das Team hat, dann verlieren wir es mit dem Durydika einfach jetzt auf den Reaktor zu räumen und damit ein Schildesbeschützen versuchen. Aber... Das war eure Schuld. Ich kann... Meine Schuld war es nicht. Ich hab alles getan, was ich konnte. Je nachdem. Und dann, das war es dann eigentlich auch mit dieser Folge.